Hallo meine Damen und Herren, mein Name ist Manuel Wolf und wie bekannt bin ich ja nicht nur ein exzellenter Klavierspieler und ganz lustiger Typ, sondern auch ein bekannter Puppenspieler. Aber nicht nur darin liegen meine Talente, sondern auch der Bereich der Artistik und Jonglage ist eines meiner Fachgebiete. Dieses Scheißdreckswerkzeug ist unter dem Namen Diabolo bekannt und ich habe jahrelang studiert, um Meister dieses Faches zu werden und damit einfältige Menschen stundenlanges Vergnügen zu bereiten. Das war Absicht. Tada!